. 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 Oh, da ha'n' ich noch's Löffeli. Ähm, ja, tu mir doch das. Hä? Ja, das macht ja Musik. Hihihi, Musik! Hihihi, Musik! Haha, ich mach' ein bisschen Musik! Genau! Oh! Ähm, genau! Oh! Oh, da ha'n' ich noch meine Schlaghölzli! Patam, 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 patam! Hahaha! Oh! Oh! Was ist denn das für ein Meister? Ja, aber das tönt ja wie... Hä? 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 Oh! Oh! Dielichen Applaus! Ja! Ja, da ist ja Gary,信 TD! Ja! Gär? Was ist denn mit dem los? G �s dir nicht gut, Gärri? Huh, oh, oh! Dem ging's auch gar nicht gut, du? Hoi! Hoi! Ist der Gärri recht krank? Tja! Gary, bist du krank? Nein, er ist nicht krank. Gary, was ist denn los? Was hast du da für ein komisches Ding auf dem Kopf? Helm. Was? Ein Helm? Gary, was ist los? Du machst mir ja Angst. Was ist denn mit dem? Der ist wirklich krank. Bist du nicht krank? Kalt. Kalt hast du? Weisst du was, Gary? Ich bring dir gerade einen Tee. Ich habe gerade für mich einen Tee gekocht. Tee, 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 Tee. Wo ist der Tee? Da ist der Tee. Wo ist der Tee? Da ist der Tee. Tratatatatata. Einen Tee! Trinken! Oh, seit es ist heiss. Nicht so schnell, dass der Tee so schnell trinken kann. War es gut? War es gut? Was immer noch? Ja, aber Gary! Ja, aber wie? Ja, hilf mir! Aber wie? Ähm, ähm, aha! Warte, ich habe eine Idee wieder. Ich hole noch etwas! Tipp, 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 tipp. So kalt. Hast du etwas? Hier habe ich meine Benzöcke. Oh, nein, es stinkt. So, an die Schuhe anlegen. Früher ist wenigstens nicht mehr am Füssen. Okay, okay, an die Schuhe anlegen. Ist es so schlimm, gell? Ja, schlimm, kalt bei dir. Sicher? Dann kann ich nicht nur beim Säsel. Kalt. Anlegen. Uh, Loch. Früher sind wir noch. Ja, der früert immer noch. Warte, ich hole noch etwas. Moment. So. Ich habe noch einen Händchen. Einen. Aber nicht den auch mal an. Einen ist besser als keinen. Früert immer noch. Ja, der früert immer noch. Warte mal, ich komme gleich noch mal. Ich habe Kuhnägel. Kuhnägel. So. Genau. Da habe ich einen Schall. Wickel mir den gleich um den Kopf herum. Ist es gut so? Hier unten kalt und hier. Es ist ja noch so kalt. Umwickeln. Ja. Oh mein Gott. Es bleibt kalt. Immer noch. Oh, oh, oh. Ja, so. Kannst du mir den in die Schuhe blasen? Aber ich hole dir noch etwas. Oh, oh. Oh. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Sie hat mich geschwitzig. Schön. Kutsch nicht daraus? Nein. Ich habe kalt. Ja, aber ich schwitze. Ich kann es sehr warm. Vom Laufen. Du musst auch etwas laufen, etwas bewegen. Ein wenig hüpfen. Hop-zack-zack. Nein. Wer darf huu? Meinst du? Ja, sicher. Also gut. Hüpfen mal. Minen Küngel. Minen Küngel, so die Hand. Ja, aber den Schal noch anbehalten. Ja, gerne. Geht es schon ein bisschen besser? Ein bisschen. Hüpfen, 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 hüpfen. Gut. Ich habe noch eine viel bessere Idee zum Hüpfen. Warte mal. Was ist hier? Wieso ist das hier? Das mache ich dran. Schau mal. Was ist das? Hüpfen. Hüpfen. Lass mich auch mal. Hüpfen. Jetzt bin ich dran. Hüpfen. Aber ich kann doch halt. Bestimmt. Hüpfen. Hüpfen. Gibt sicher Warn, oder? Ja. Ja. Jetzt hüpfen wir gleich zusammen. Oh ja. Eins, zwei, sieben. Hüpfen. Und um drinnen. Und hüpfen. Und um drinnen. Eins, zwei, sieben. Oh, das macht Spass. Eins, zwei. Hopp, hopp, hopp. Oh. Ja, Mann. Und hopp, hüpfen. Oh, weisst du was? Murmi. Was? Ich habe eine Idee. Was für eine Idee? Ihr könntet einen Fitness-Parcours machen. Was? Ein Fitness-Parcours. Also zum Turnen mit Posten. Mit Posten? Ja. Mit dem Posten. Einen Posten und dann einen zweiten. Und einen dritten. Genau. Machen wir. Und einen Posten wäre so. Einen so, ja. Zack. 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 Und zapp und zapp und zapp. Warten wir uns mal vor. Wie geht das? Ja. Das geht so. Links. Nein, nein. Andere Seite. Links. Andere Seite. Und andere Seite. Und andere Seite. Nein, aber doch nicht so. Okay, nochmal. Links. Andere Seite. Und so. Und so. Und so. Und so. Und so. Und stopp. Komm, wir machen so richtige Posten. Zum Beispiel. Richtige Posten? Ja. Weisst du, wo wir nachher können. So von Posten zu Posten. Und so miteinander und gegeneinander. Können wir schauen, wer das besser ist. Aha. Ähm. Hast du zum Beispiel einen Ball? Einen Ball? Ja. Oh, habe ich einen Ball? Oh, habe ich einen Ball. Oder hast du sonst einen Ball? Ja, warte. Ich bin aber nicht sicher, ob es dort einen Ball hat. Warte mal. Ich schaue mal. Einen Ball. Haben Sie einen Ball zu Hause? Da hat es keinen Ball. Genau. Also. Wenn ihr einen zu Hause habt, könnt ihr schauen, wie wir so einen Posten machen können. Ich höre nicht. Ich höre nicht. Ich höre nicht. Ich mache den Ball. Moment, ich mache hier ein wenig Platz. So. Ball. So. So. Hast du einen Pfund? Oh, super. Sabadine. Ein durchsichtiger sogar. Weisst du was? Mit den Schuhen machen wir hier Gulppfosten. Hier ein Gulppfosten. Und hier ein Gulppfosten. Und für was sollte die gut sein? Das ist der erste Poste. Aha. Und zwar. So. Penalti schiessen. Penalti schiessen? Wie geht denn das? Einer von uns zwei steht in das Goal. Und der andere nimmt Anlauf und macht zack und macht ein Goal. Also ich mache zack. Du mach zack. Gut. Das ist aber nur der Testlauf. Aha. Den tun wir erst. Gut. Weil wir alle Posten haben. Parat? Ja. Und zack. 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 Au. Cool. Nein, nicht cool. Ich habe gehalten. So. Das ist die erste Poste. Kommen wir den Ball dazu. So, hopp. Gut. Jetzt, ähm, was könnten wir noch nehmen? Und den Stabhüpfen. 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 Genau, das ist gut. Jetzt haben wir schon. Einen ersten Poste und einen zweiten Poste. Vielleicht könnten wir etwas machen mit dem Baumstab. Ja, genau. Mit den Ruggeln. Weisst du was? Wir könnten den hier so runterkippen. So. Noch ein bisschen da zu mir. Genau. Und jetzt kommt man da hoch. Wie von den Stegen drin. So. Hauf, runter. Ah, aber darf ich auch mal? Und wieder runter. Willst du auch mal? Aber dann noch Achtung, fertig, los. Muss man noch sagen. Gut. Also Achtung, fertig, los. Und hoch. Und runter. Und hoch. Und runter. Gut. Und weisst du was? Hm? Das wäre auch noch eine Super-Poste. Trampolin höpfen. Nein, da leiten sie ins Bett zusammen. Schlafen. Ja, schlafen. Ist da eine Fitness-Poste schlafen? Ja, das ist eine Pause-Poste. Ja, das ist eine Pause-Poste. Oder? Dann kommt am Schluss die Überraschungsposte. Genau. Für die Kinder zu Hause auch noch? Für alle. Und das ist dann die Überraschungsposte für die Kinder und für die Kinder zu Hause? Genau. Aber zuerst fangen wir mit dem Posten an. Weisst du was? Ich gehe zuerst in die Schule und du hast drei Versuche. Gut. Okay? Also Achtung. Achtung, fertig, los. Ja, fangen. Aha. Wuuuuuuuuuuuuuuu! Dann hast du die Goli. Ja, das ist nochmal. Gut. Parade. Eins, zwei, sieben. Zapp! Und das Goal! Voll gut. Ja! Ein Goal. Eins, null. Eins, null. Parade. Ja. Und Achtung, fertig, los. Zapp! Au, au, au! Abwehr auf der Linie. Auf der Linie. Und jetzt? Jetzt komme ich. Jetzt gehst du ins Goal. 1-0 für dich. Aha. Moment. Also nicht da in der Schlafimposte? Nein, noch nicht in der Schlafimposte. Also los. Ähm. Er kommt links, links, ganz links. Ja genau, links, links, links. Yay! Ja, nochmal. Ich habe gesagt links. Ah, nochmal links. Ja, ich habe gesagt links, 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 links. Oh! Ja, nachschuss. Yeah! Und Tödie Goal! Ja, ja. Ist jetzt der Posten fertig? Nein, noch ein drittes Mal. Ich darf dreimal. Ja, aber du hättest mehr können. Ja, aber du hättest mehr können, oder? Ja. Links, 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 links. Yeah! 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 Hey, Murmi, ich habe dich reingeladen. Was? Wenn ich links sage, dann meine ich von mir aus links. Dann musst du nicht auf die linkseite. Ja, also. Mach nichts, lerne ich auch noch. Nein, das war lustig in der Posten. Also. Jetzt machen wir auch das Nächste Steppen. Steppen? Genau. Ich fuhre an. Ich fuhre an. Warte mal. Dann müssen wir Achtung, fertig, los sagen. Oder 1, 2, 7. Aber alle Kinder müssen auch Achtung, fertig, los sagen. Ist das gut? Ja. Also, bist du bereit, Jenny? Ich bin ready. Sind die Rappen bereit, Kinder? Ja. Also. Achtung, fertig, los sagen. Oh, bin ich zu früh gewesen? Ja, bist du zu früh gewesen. Okay, okay, Frühstart. Also, ihr war genau richtig. Gerade nochmal so. Bist du bereit? Ja. Also. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1. Also. Bin ich wieder zu früh? Nein, nein, nein. Weiter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 19, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Gut. Gut. Du. Früherst du eigentlich noch gerne? Nein, nicht wirklich. Oh, haha. Gut. Also. Also, ich bin bereit für das Achtung, fertig, los. 1, 2, 7. Was kann ich jetzt? Ja. Also nochmal bitte, nochmal. Also nochmal. 1, 2, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und 10. Bravo. Sehr gut. Jetzt machen wir die Abkumpen. Das ist der richtige Postel. Die Abkumpen. Die Abkumpen. Ja, dreimal in die Richtung und dreimal in die Richtung. Okay? Ah, gut. Also. Achtung. Äh, parat. Ja, parat. Und los. 1, 2, 7. Und einmal. Zweimal. Und dreimal. Warte, bin drin. Gut. Drei, drei. Und einmal. Zweimal. Und dreimal. Sehr gut. Schon durch? Ja. Jetzt kommt der Überraschungsposten. Der Überraschungsposten für Kinder. Der vierte. Ah, der Überraschungsposten. Für dir nach Hause. Und für Überraschung, Überraschung. Überraschungsposten. Ah, ich weiss, die Überraschungsposten. Ja. Gut. Ja. Also. Jetzt können alle Kinder mitmachen, auch ihr zu Hause. Also, äh, die Überraschungsposten. Äh, sie ist glaube ich so. Ja, ja, warte, ich weiss schon. Also. Die Hände raus. So. Rausen. Schütteln. Schütteln. Oh. Die Hände runter. Drüllen, 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 drüllen. Verbeugen und hüpfen. Und, ähm. Und, ähm. Und, ähm. Und, ähm. Okay. Drüllen, 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 drüllen. Verbeugen und hüpfen. Viermal so gut und dreimal so schön. Drüllen, drüllen. Komm, wir machen es nochmal. Gut. Nehmal. Hand hoch. Schütteln, 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 schütteln. Ab. Drüllen, 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 drüllen. Verbeugen und hüpfen. Und, ähm. Jetzt, wie viele Male machen wir denn? Äh, äh, dreimal. Gut. Eins, zwei, sieben. Hand hoch. Schütteln, 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 schütteln. Die Hände runter. Drüllen, 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 drüllen. Verbeugen und hüpfen. Und raus. Schütteln! Schütteln! Draht! Verbiegen und schüppeln! Und das letzte Mal! Schütteln! Schütteln! Verbiegen und schütteln! Wow! Bravo! Wuh! Haben Sie auch gemacht! Wow! Und jetzt? Weisst du, was kommt? Wir sind SEEGER-EHIG! Nein! Schlapp! Nein, der Bad Post! Nein, hey Murmi! Die könnten sie zuhause vielleicht nicht machen, vielleicht sind sie nicht gerade am Schlafen. Komm, steh wieder auf! Wir könnten ja noch besprechen, wer gewonnen hat. Wer gewonnen hat? Ja, bei diesem Wettkampf. Wer gewonnen hat? Ich war hier beim Schouten etwas besser, oder? Ja! Es ist immer viel besser. Aber beim Stabhüpfen bin ich besser. Beim Stabhüpfen warst du besser. Und den Überraschungsposten habe ich auch gut gemacht für die Kinder zu Hause, oder? Eigentlich könnte man sagen ... Wie könnte man sagen? Wenn beide so etwas ... Wenn beide gleich gut waren ... Wie sagt man dann? Ähm ... Unentschieden! Weisst du, was ist unentschieden? Also, Guna hat den Wettbewerb, den Gary und den Murmi zusammen! Juuu! Ja, ich bin total auf den Knöten! Und ich habe heiss wie verrückt. Oh, wieso habe ich immer noch so den Knaden an? Du, das ist ja ... Wie Bettsocken und die Heiden ... Also brauchst du meine Bettsocken nicht? Nein, nicht mehr wirklich. Komm, gib mir das hier! So! 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 Gut! Jetzt könnte ich gerne etwas trinken. Etwas trinken, genau! Was gibt es jetzt? Etwas trinken! Möchtest du auch? Hast du etwas? Ja, warte! Ich habe etwas dabei! Oh, etwas trinken! So! 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 Süssmost! Ah, dort drin hast du etwas? Süssmost, ja! Mh! Süssmost! Ja, genau! Mit Röhrchen! Beim Sport immer Süssmost! Ja, für dich ein Röhrchen! Sehr gut! Wir stecken zwei zueinander! So gut! Ja, das ist sehr gut! Geht das? Nicht wirklich, aber es geht sicher! Warte, so! Sonst geht auch eins! Geht auch eins? Ja, ja! Moment! Es geht auch zwei! So! Also! Hier noch die Kurve rein! Und hier noch die Kurve! In den Mund! Ja, Moment! Aber nicht gewünschen! In den Mund! Ja, so! Mh! Mh! Warte, warte! Ich möchte noch einen Schluck! Moment! Ich möchte noch einen Schluck! Mh! 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 Ist das gut gewesen jetzt? Ja, tip top! Ach! Geht mir auch viel besser! Und jetzt? Früher nicht mehr! Nein, jetzt früher nicht mehr! Jetzt könnten wir eigentlich gehen! Weisst du was? Den brauche ich auch wieder! Nein! Halt den noch! Vielleicht könntest du den drauf anlegen! Ja, was? Wohin? Weisst du, jetzt gehen wir mit dem Töff! Ich wollte dich ja abholen! Darum bin ich ja hier oben! Warte! Was? Ich war einfach gleich auf den Töff! Ja! Ich gehe sicher nicht auf den Töff! Nein! 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 Schiss! Ja! Ja! Ja, gut also! Ähm! Da muss man einfach drauf sitzen! Ja, eigentlich schon! Ja! Ja, gut also! Ha! Ähm, so! Ja, nein! Nicht vorne! Hey! Ja, wenn ich schon drauf sitze, dann will ich vorne! Nein! Murmi! Und da hat es ein Spiegel in! Das verschrecken die Polizisten! Äh, Polizisten! Aha! Haben sie dich gesehen? Ja! Nein, du musst nicht vorne sitzen! Du musst hinten sitzen! Aha! Hinten! Sind das alles für Schalterchen und Hebelchen und so? Wer soll das erklären? Ja! Also! Hat sie da auch eine Hupe? Ja, hat sie auch! Und den Helm! Den wecke ich gerade an! Aha! Und dann hat es hier Blinker! Um rum zu blinken! Schau! Du kannst hier schnell anschalten! Siehst? Jetzt blinken sie hier! Oh ja! Blinken sie hier! Oh ja! Und dann hat es ein Licht! Mach das nochmal! Mach das nochmal! Oh, das Licht! Vorne! Ja! Und hinten hat es auch ein Licht! Mach mal die Hupe! Hupe! Nochmal die Hupe! Nochmal! Soll ich nochmal? Ja! Hihihi! Ja hier ein bisschen Hupe! He, 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 he! Hör, sie jetzt müssen wir aber wirklich gehen! Oh, auch schon? Wenn du hinten! Hinten! Ja, wie?! Ja, wie genau? Die Zahl! Nicht, nicht in den Gepäck, in den Kofferraum! Hier, hier drauf! Nein, in den Kofferraum! Warte, ich gehe mal umsonst. So! Und dann hier die Maschine anlassen. Warte, warte! Ich muss noch drauf! Nein! Du kannst auch drauf, wenn ich hierheralı habe. So! Dann gehen wir zu den Steinböckstirscht und dann zum Sand und dann zu Babetti Salperäuschen. Okay, genau. Bist du bereit? Anschneiden! Tschüss zusammen! Tschüss! Applaus